Der SteelService Stratus. Das SteelService Stratus. Die SteelService Stratus? Die Stratosphäre? Mein Name ist Kevin Wommer und das ist ein AppleTech Hands-On Video. Der SteelService Stratus ist ein Gaming Controller für iOS Geräte. Im Vergleich mit Kontrollern wie dem Moga S-Power oder dem Logitech PowerShell ist es jedoch keine Hülle, sondern ein kabelloser Controller, der sich per Bluetooth mit iPhone, iPod Touch und iPad verbindet. Damit der Controller funktioniert, braucht es neben iOS 7 natürlich auch ein Gaming-Controller-kompatibles Spiel, von dem es immer mehr im App Store gibt. Im Lieferumfang findet man neben dem Controller, den es in schwarz oder weiß gibt, ein USB-Ladekabel, das tatsächlich nur lädt und den Controller somit weder Mac noch PC-kompatibel macht, eine kleine Transporttasche, eine Gebrauchsanweisung und eine Plastikhülle, die gleichzeitig die Baiten schützt oder hinten als verbesserter Griff dient. Der Stratus ist klein, überraschend klein sogar. Er ist kleiner als ein iPhone 5, sogar kleiner als ein iPhone 4 und im Vergleich mit einem Xbox-Controller sieht er tatsächlich mickrig aus. Dennoch liegt er angenehm in der Hand und funktioniert auch erstaunlich gut. Man kann keine Verzögerung bemerken, er ist ziemlich genau und es ist um weiten angenehmer auf einem Controller herumtippen zu können, als auf einem virtuellen On-Screen-Controller herumtippen zu müssen. Das einzig Negativ bisher ist, dass die vier Buttons meiner Meinung nach etwas zu viel Widerstand leisten. Der Controller ist aber auch noch neu und vielleicht müssen die etwas abgenutzt werden. Der erste Eindruck ist auf jeden Fall positiv. Es macht Spaß ihn zu benutzen, er verbindet sich schnell Bluetooth an, Controller an, verbindet fertig und alle kompativen Spiele unterstützen ihn ohne weitere Einrichtungen. Dank dem Controller kann ich iOS Gaming wohl endlich ernst nehmen. Ich werde ihn weiter testen und meine Erfahrungen natürlich mit euch auf Affeltag teilen. Danke fürs Zusehen, abonniert den YouTube-Kanal, liked das Video und falls ihr Fragen habt, könnt ihr diese gerne in den Kommentaren stellen. Danke und bis zum nächsten Mal.